Salut! In diesem Video geht es darum, wie man den Imperativ im Französischen umgehen kann. Das heißt, welche anderen Redemittel man statt des Imperativs verwenden kann. Aber was bezeichnet man als Imperativ und wann gebraucht man den Imperativ? Die Formen des Imperativs kennst du bestimmt aus dem Schulalltag. Sophie, regarde l'heure. Tu es en retard. Sophie, schau auf die Uhr. Du bist zu spät. Assieds-toi, setz dich hin. Les autres, tiese-vous et écrivez. Die anderen, seid still und schreibt. Et après, parlons de la Révolution française. Und danach sprechen wir über die... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com graduating 선 www.sofatutor.com ach